Servus Leute, wie ihr wisst hat CantoNareta den Fanboy 2011 Contest gewonnen und natürlich kriegt er auch einen Preis und zwar einen Xbox Controller Ich habe ihn gefragt ob er eine Signatur drauf wollte und er hat gesagt ja auf der rechten Seite meinen GameAttack und auf der linken Seite mein Motto get the new god I try in der Mitte nochmal seinen Titel ja das wars eigentlich schon und abonniert auf jeden Fall seinen Kanal weil er wenn er genug Abos hat sich auf jeden Fall ein besseres Mikro holt wo man ihn deutlicher versteht ja abonniert auf jeden Fall wenn ihr noch mehr Raps der Sorte hören wollt würde ich mich freuen und ja bis demnächst Peace out